Ich mag auch einige andere Sachen nicht, nicht nur Facebook. Ich mag zum Beispiel Goldman Sachs nicht. Sagt euch das was? Goldman Sachs ist diese amerikanische Investmentbank, die Griechenland ausbluten lässt, die amerikanische Filmindustrie finanziert und irgendwie das weltweite Spiel Casino. Und deshalb musste ich eine Nummer drüber schreiben, die heißt You're a Goldman and it sucks. 5. Die Griechenland. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 6. 7. 7. 12! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Merci, Merci Macht's!